muss man nicht darauf achten, aber es ist natürlich schöner, wenn man hier alles findet ist es doch egal, braucht denn schon Fertigkeiten, die kann ich verbrauchen interessiert keiner, ob ich die habe oder nicht da war mit einem Amulett, sehr schön paar mehr sogar, alles klar, hier ist jetzt ein kleiner See, ne das ist noch nicht mal der See vom Anfang dafür liegen hier keine Barber und, ah, ok, das war es aber schon, oder wie, hatte ich da, achso, ein Skelett, ok das übersieht man auf dem Boden so schnell so, da ist auch nur ein Korb drin, ach, eine Falle, die sich aufgeladen hat das haben wir ja mittlerweile gelernt was dieses Geräusch bedeutet oh, ein Feuerkreis klar, lauf ins Feuer rein, das ist natürlich das Schlauste, was du machen kannst ein guter Kreis, aber selbst ein guter Kreis oh, selbst ein guter Kreis bringt einem nicht so viel oder Kreis eigentlich ah, ein Regner mit einer Tür, sehr schön könnte doch da tatsächlich was drin sein ich habe schon interessantere Sachen gesehen ein legiertes Smaragd, das ist zum Beispiel interessanter da sind wir wohl ins richtige Haus gekommen ich bin überladen überladen du mich auch ordne du mal deine Sachen richtig, dann bist du auch nicht überladen war ich da schon drin? scheint fast so ja ok, jetzt ich kann nicht noch mehr tragen da sind Dornenschilde oder Mast drin Mast zwei ja da liegen da zwei Dornenschilde drin sehr merkwürdig oh, ich weiß schon nein sehr schön sehr, sehr schön und ich weiß schon, was ich jetzt machen kann zwar muss ich mal wieder den Horatrienwürfel ausleeren kann dafür aber yes so muss das gehen nicht so wie bei den Saphiren das habe ich von fast allen schon damit kann man auch was anstellen wenn man alle Diamanten perfekt hat da kann man irgendwas sich basteln wenn ich es mache und es nicht hinhaut da werde ich mich verfluchen weil das eben momentan noch recht schwer ist sich die ganzen ähm Diamanten zusammen zu sammeln es rannt ja weg dem werde ich auch nochmal begegnen ach so Falle okay ja schon okay oh, da ist noch ein paar Dauer alles klar ist das der Ausgang von ich bin überladen es geht noch überladen oder sagen wir so aber ja du bist überladen theoretisch hab ich das letzte Mal das Geld nicht abgegeben kann das sein so viel Geld werde ich doch nicht mit so ein bisschen gemacht haben oder doch durch die Schilde das wäre es natürlich ich durch die Schilde so viel ich schon wieder okay recht großes Gebäude haben wir hier was soll's ah Skelettschatz Schatz gute gute schwere Axt aha ein Falkenhelm naja gut den brauche ich ja eher weniger das ist ja nicht ganz meine Kategorie ist ja nicht ganz so meine Kategorie ne das ähm aber gut muss man mit leben dass man auch Dinge für andere Charakterklassen findet ich kann nichts mehr tragen komm schon ist das dein Ernst Tatsache ich brauche ja gleich schon wieder Guten Abend Portalrollen wenn das so weiter geht wieso gibt's nicht welche mit Eigenschaften also Waffen mit Eigenschaften und Sockeln die mir einigermaßen zusagen da könnte man so schön sich mit den Sockeln noch was daraus basteln aber nein hier sind gleich zwei Rollen Identifikation auch keiner erklären können Blitzwiderstand uninteressant also für die Größe dieses Dorfes war die Dichte an Gegnern ziemlich gering die Dichte an Gegenständen allerdings relativ hoch ich glaube ich habe mich dreimal zurück teleportiert dafür ach so die habe ich ja schon ausgenommen die Stämme das sind immer Kleinigkeiten die man übersieht ach jetzt komme ich ja hier oben nicht raus haben sie natürlich lustig gemacht so jetzt habe ich das ganze Dorf erkundet das ist ja echt der Bazar von Kuras ach so das ist die eigentliche alte Stadt oh Chaosmonster da muss ich aufpassen da muss ich wahrscheinlich wieder trinken ja voll mit Schenkel feuerverzauberung natürlich Feuer was auch sonst oh und einer in Rot ach ne das ist nur einfach eine andere Art ein Küster sehr interessant sehr interessant Gold Mana Trank passt ja gefürscht nehm ich das Ding einfach mal mit schaden kannst tut es ja nicht also von daher da kann ich mal noch ein Kadaver mitnehmen so ein Schatz da ist nix im Schatz ist auch nix drin eine Feuerstelle als ob da irgendwas auftauchen könnte danke fürs Abfragen das ist echt praktisch Stadtportal hier ist ein Schatz da ist ein Kadaver wie ah da ist der Eingang zu einer Höhle sehr interessant da ist schon wieder ein Künstler kalt andere ah au endlich ein Diamant das ist nur ein tatsächlicher Diamant eine Edelrone ich bin überladen jetzt kann man mal sagen du bist überladen bleibt ein Weilchen und hör zu ja ich habe besseres zu tun als dir zuzuhören ok jetzt können wir noch den Tank ersetzen sagt der Gürtel der hat gar nix zu sagen schwach wie immer und endlich geht es auch mit den Diamanten voran äh man bin ich froh wenn ich jetzt noch die anderen Gegenstände habe ok das ist also ein Diamant äh eigentlich könnte man das ja hier mal so lagern da muss ich nicht so viel daraus sammeln ich glaube langsam könnte ich tatsächlich was mit diesen ganzen Ruhnen anfangen dass ich da wirklich was daraus machen kann das ist einfach nur eine Treppe runter ans Wasser ok sind die damals bestimmt schwimmen gegangen hier genauso ein Zombie-Kopf ok wollen wir doch mal sehen was das hier so gibt ja anscheinend sind die nah Moment ich muss eigentlich den da ich hole mal den Roten ein der heilt die anderen wird ein bisschen stören irre ich mich oder haben die recht wenig fallen lassen ich irre mich nicht gut wirklich aha das bisschen Heilung wird schaffen die schon mal nicht heilt andere heilt andere kann aber Zauber verwenden schon gut einfach nicht schnell genug weggegangen ein Lebenspunkt auch wieso nicht nutze ich den einfach mal wieder ein Diamant einfach mehr bist doch eh schon tot nutzt es dir doch nichts wenn du wegrennst ok hier dürfte das nächste Gebiet sein irgendwas sagt mir wow shit irgendwas sagt mir dass ich da weg sollte und dass ich meine Aufnahmezeit von einer Stunde schon erreicht habe ich kann nicht noch mehr tragen sag mal wer hat sich denn die Sortierung hier ausgedacht das ist ja doch echt das Schwert kann man doch alle mal noch mitnehmen und erstmal würde ich ich bin überladen doch lieber das hier noch erkunden bevor ich da oben weiter und dann da hin sonst noch nee achso guten tag natürlich seid gegrüßt hm brauche ich ja nicht Moment uiuiuiui komm schon weg mit euch auch und du und na dich behalte ich du 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 und ich habe gesagt es sind Manna pro Treffer aber die anderen haben mehr Eigenschaften erhöhter Schaden so ach es sind doch nur 15.000 die ich momentan dabei habe ich weiß auch warum ok das war es dann für diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten ciao